so jetzt wird es absolut keine störung ergeben darf alter was ist denn heute los wieso fackt mich denn jeder ab so bist ich richtig 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 ob es dich ob es dich okay das ist geil so schlecht ein sattel jawohl wie komme ich hier durch verschwinde 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 jawohl und hier Obsidian Lass mich in Ruhe warte was geht ich ab alter was geht ich ab ich will nicht sterben ich will nicht sterben ich will nicht sterben ich will nicht sterben verletzen du hast es an so weiter geht's ich will nicht naja ein bisschen was habe ich bekommen warte mal wir haben doch hier wo ist das herzstück ach hier wir hatten hier doch irgendwo noch noch so ein ding ich glaube das war hier oder ja wow eine bombe verbraucht hatten wir nicht irgendwo auch 1 wo schon offen war also nur ein schlüssel brauchten aber irgendwo gab es doch eine truhe oder super das ist auch so ein ding ich hätte mal aufhören also sterben wo war das überhaupt das hier das war glaube ich beim dungeon also nicht im dungeon sondern beim dungeon ne 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 doch das doch 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 das war im dungeon das war im dungeon ne das kann nicht sein das kann sein aber im grünen laut erinnerung kann das nicht sein so war hier irgendwo die versperrte da muss das wertvolles trend sein ha ha noch ein schlüssel und drei bomben warte mal bombe ist praktisch hier nicht irgendwo eine zweite verschloss hier jawohl und noch ein hart piece und bomben und ne weiter okay das ist cool geile sind wenn das irgendwie fakten oder so ausmachen könnte und ich mich da irgendwie reinziehen könnte das ist aber kein enttagen okay das geht okay das ist auch geil damit kann man ja eine richtig kann ja richtig geile rätsel machen okay ok und nicht man nein also nothing wo könnten die sein weg steck steck Ja, einfach mal ein Showdown. Ach, ich wollte ja noch die Pythons probieren. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Soll. Soll. Zack, zack, tot. Oh, da geht's runter. Oh, da geht's runter. Oh, da geht's runter. Oh, da geht's runter. Kohleblöcke könnte praktisch werden. Oh, da geht's runter. Oh, da geht's runter. Oh, da geht's runter. Oh, da geht's runter. Ich sortiere das dann später aus. Oh, okay, komm mal scheiß drauf. Halte Richtung. Mobmaslines. Und Zombies. Oh, okay. Oh, okay. Hör auf auf mich zu schießen. Ey, hör auf auf mich zu schießen. Danke. Danke. Ach, scheiße. Ich bin super mutig. Alter, da pisst dich doch. Du wirst mir am gefährlichsten. Nee, du bist doch auch... Ich bin gerade ungefährlich. Ich werde erst mal regenerieren. Ich muss... Nein, nein, nein. Äh... Okay, wenn ich B drücke, heißt das Bombe. So. Kommt nicht auf durch. Äh... Der erste ist weg. Alter, wie viel Leben hast du? Äh, 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 Baby Zombies. Alter, verpisst euch doch! Nein, 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 du hittest mich nicht. Alter... Mein Traum ist klar. Wie könnt ihr die hohe jagen? Hahaha. Er ist bei die... Willst du mich fallen? Wow. Wow... Fischschuppenschwerfenwahngriff, ok. Breites Eisschwert, breites Dämonenschwert, breites Maragdschwert. Hör auf, hör auf, hör auf. Nicht jetzt. Hühnchenschwert, ich will das Hühnchenschwert. Ich will wissen wie man... Das kann man wahrscheinlich nur finden. So, ich mach jetzt auch super mutig. Weg, 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 weg. Nein! Okay, tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Okay. Okay. Vielen Dank.